Moin zusammen, willkommen zurück. Heute ganz kurz eigentlich nur ein kleines Video, wie ihr abfragen könnt, ob ein Element in einer Liste drin ist. Und ja, das geht eigentlich relativ simpel. Es gibt drei Aufrufe dafür, wobei ihr euch eigentlich nur zwei merken müsst. Der eine, den ihr euch nicht merken müsst, ist der Contains-Aufruf. Warum ihr euch den nicht merken müsst, dazu gleich mehr. Damit könnt ihr quasi abfragen, ob ein Element in einer Liste drin ist, zum Beispiel 3. Da kommt natürlich dann direkt True by raus. Und ja, das überprüft im Endeffekt, ob hier eine 3 in dieser Liste ist. Wir machen das mal mit einer 2. Da kommt dann natürlich False by raus. So, warum müsst ihr euch das ganze Ding nicht merken? Es gibt eine Kotlin-Schreibweise dafür. Und zwar könnte ich hier ganz einfach sagen, 2 in Basic List. Und das ist im Endeffekt genau das, was ihr hier braucht. Mehr braucht ihr gar nicht schreiben. Das heißt, ihr überprüft, ist eine 2 in dieser Basic List drin. Es ist im Endeffekt genau derselbe Aufruf, wenn ihr das mit In macht. Das heißt, es ruft sogar intern die Contains-Funktion auf, wenn ihr dieses In verwendet. Okay, der zweite Aufruf, da müsst ihr leider die Contains-Funktion verwenden, beziehungsweise die Punkt ContainsAll-Funktion. Und hier könnt ihr dann überprüfen, ob alle Elemente einer Liste in einer Liste enthalten sind. Das heißt, die Elemente 4, 1 und nochmal 4 zum Beispiel. Da könnt ihr dann überprüfen, sind wirklich alle diese Elemente in meiner Liste drin. Und ja, bekommt natürlich in diesem Fall auch wieder True raus. Allerdings eine Kleinigkeit, wenn ihr hier 3 4er angebt, das heißt, in der Liste hier sind ja nur 2 4er drin, dann überprüft das nicht, ob da 3 4er drin sind, sondern es überprüft nur, ob die 4 drin ist, ob die 1 drin ist, ob die 4 drin ist, ob die 4 drin ist. Das überprüft im Endeffekt auch mit einer 4 schon auf genau dasselbe und gebt euch dann True zurück. Das heißt, hier wird nicht die Anzahl überprüft, sondern nur, ob dieses Element drin ist. Diese 4 hier, die erste 4 in dieser zweiten Liste und diese zweite und die dritte 4, die überprüfen alle, ob 4 da drin ist und finden beides mal das erste Element in der Basic-List, sprich diese 4 hier vorne. Und überprüfen dann nur, ah, okay, ich habe hier nur 4 gefunden, alles klar, bin ich fertig. Keine einzige dieser 3 4en hier gelangt überhaupt bis zu dieser 4 hier hinten. Das ist der verrückte Kram hinten dran, aber ja, das ist nun mal so und wenn ihr wirklich die Überprüfung braucht, habe ich wirklich 3 4en in meiner Liste drin, dann müsst ihr euch die leider selber schreiben. Das ist allerdings nicht allzu schwer, das könnt ihr euch auch durchaus selber schreiben und ja, das wäre dann mal, nee, das machen wir, doch, das machen wir nächstes Mal als Aufgabe. Das ist eine schöne Aufgabe und das machen wir direkt da. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.